Vergib mir, Vater. Ich habe gesündigt. Ich war schwach. Brich, mein Sohn. Es war vor ein paar Tagen nach der Messe. Ich war auf dem Nachhauseweg und steig wie immer aus dem Bus am Bahnhof aus und wollte die Straße runterlaufen zu meiner Wohnung. Plötzlich höre ich Schreie und Gelächter. Erst wollte ich nicht hin, aber dann hat mich die Neugierde gepackt und ich gehe runter und sehe wie ein paar Jugendliche einen alten Mann verprüfen. Ich wollte erst helfen, aber... Vater, ich bin einfach weggelaufen. Piotr, 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 du bist schon wieder eingeschlafen. Die Messe ist seit drei Stunden vorbei. Welcher Tag ist heute? Es ist der erste Sonntag im neuen Jahr. Du bist zwar immer im Hause des Herrn willkommen. Zur Abwechslung solltest du aber mal zu Hause schlafen, nicht? Es ist auch schon spät. Lass dich von deinem Glauben führen. Wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal zu Hause und Kump습니다. Un BASE? Es ist mehr als die Chevy oder so? Wir sehen uns wieder zu couples. Und wir schauen uns we tubing dazu. Also instrumental ist es in der nosaltres. Wir sehen uns da. Fick ihn, fick ihn! Fick ihn! Ja, das ist schmutzig, du passt auf! Was ist der? Steh auf, du passt los! Steh auf, ich schaue den Weg! Steh auf! Steh auf, du passt auf! Hey! Erwiss das! Mach das hier lecker, bloß! Erwiss das! Bloß! Back here! Alter, das du! Erwiss du noch mehr? Erwiss du noch mehr? Du logrst. Ja bist du noch mehr? Alles blammer dich! Ey! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020